Musik Mein Name ist Erwin Hagedorn. Erwin Hagedorn. Einer der grausamsten Sexualmörder in der DDR-Kriminalgeschichte. Ende der 60er Jahre ermordet er in Eberswalde drei Kinder. Blonde Jungen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren. In der Haft schildert Hagedorn seine Morde bis ins kleinste Detail. Fast regungslos. Seit dem Verlassen der Wiese hatte ich ein steifes Glied. Das heißt, ich war sexuell erregt. Aufgrund dessen, dass sich der Junge weigerte, mit meiner Aufforderung nachzukommen, stach ich zu. Aufgrund dessen, dass der Junge dann nur versucht, um Hilfe zu schreien, schnitt ich ihm noch seinen Hals durch. Zuvor wickelte ich aber meinen Taschentuch und meinen linken Daumen und drückte ihm die Kehlkopf ein. Für die Volkspolizei ein Phänomen. Im Ministerium des Innern wird entschieden, den Fall Hagedorn für einen Polizeilehrfilm festzuhalten. Ein einmaliges Dokument. Die Kamera ist immer dabei. Auch im Gerichtssaal. Ich beantrage daher, den Angeklagten Erwin Hagedorn wegen Verbrechen des mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes zum Tote zu verurteilen. Die Kamera ist immer dabei. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, welchen Jungen ich zu sexuellen Handlungen nehme. Charakterisieren möchte ich diesen Jungen, dass er seinem Alter entsprechend seine Größe sein muss. Dass er nicht zu mager oder zu dick ist. Dass er nach Möglichkeit keine abstellenden Ohren hat. Kein Brillenträger ist. Dass sein ganzes Wesen kindlich ist. Die Wälder am Rande der Kleinstadt Eberswalde. 40 Kilometer nördlich von Berlin. Eine Szene aus dem Polizeilehrfilm. 31. Mai 1969. Der 17-jährige Erwin Hagedorn ist auf der Suche nach blonden Knaben. Er stößt auf zwei neunjährige Jungen und spricht sie an. Was macht ihr hier? Dann lädt er sie zu einer Radtour ein. Den Kindern gefällt der Vorschlag und die gemeinsame Fahrt beginnt. Der Jäger Willi Eichstätt ist der letzte, der die Jungen lebend gesehen hat. Da kam eine männliche Person mit zwei Kindern vorbei, ist in der Richtung gefahren. Und der sagte dann zu den Kindern, na irgendwas, das ist der Jäger oder irgendwie, was die gehabt haben, die werden da drauf geachtet. Was dann geschieht, weiß nur Erwin Hagedorn. Zwei Stunden später, gegen 19 Uhr, kehrt Erwin Hagedorn von seiner Radtour zurück. Erwin fährt oft durch die Wälder, allein, stundenlang. Er ist ein Einzelkind und ein Einzelgänger. Zusammen mit seinen Eltern wohnt er in einer Drei-Zimmer-Wohnung. An diesem Abend sind die Eltern nicht zu Hause. Im Stadtteil Westend herrscht helle Aufregung. Die zwei Jungen, Henry Specht und Mario Luis, sind spurlos verschwunden. Ihre Eltern entschließen sich, zur Polizei zu gehen. Alle Suche nach den Kindern bleibt erfolglos. Dann, fünf Tage später, am 4. Juni, hängen überall in Eberswalde Fahndungsplakate. Und in der örtlichen Presse erscheint eine Suchmeldung. Außergewöhnliche Schritte zu DDR-Zeiten. Der Mordspezialist Heinz Kabel aus der Bezirksstadt Frankfurt an der Oder erfährt von der Suche in seinem Urlaub. Eines Morgens habe ich so in die Zeitung geschaut und da habe ich gelesen, dass in Eberswalde zwei Kinder vermisst werden. Und gleich das Alter, das machte mich stutzig. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, na, ob die auf Wanderschaft sind, was angenommen wird, glaube ich gar nicht mal. Die Suchaktionen rund um Eberswalde werden intensiviert. Bereitschaftspolizisten durchkämmen die Wälder. Niemand kann sich das plötzliche Verschwinden der Kinder erklären. Gerüchte kursieren in der Stadt. Die Russen sind schuld. Eberswalde ist regelrecht eingekreist von sowjetischen Kasernen. Im Kasernen vorgeht, bleibt geheim. Die Sowjets leben dort strengend. Doch immer wieder dringen Informationen nach draußen über spektakuläre Suche, gale Geschäfte und Wilddiebereien in den Wäldern. Sollten die Sowjets etwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun haben? Doch die sowjetischen Militärs sind von Anfang an kooperativ. Sie beteiligen sich an der Suche sogar mit Hubschraubern und riesigem Mannschaftsaufgebot. Ohne Erfolg. 13 Tage nach dem Verschwinden der Kinder arbeiten Holzfäller tief im Wald am Rande eines von den Sowjets bereits durchkämmten Gebiets. Und dann wollte ich anfangen zu schneiden und mein Kumpel sagt, ich gehe rüber nach dem Fließ und wollte an der Quelle Wasser holen. So. Und er jäht ein Stück und ich fange an, habe angerissen die See und will anfangen zu schneiden. Fliegt wieder die Kette weg und dem Moment brüllt er, komm her, hier liegt der Junge. Der Junge ist der Vermisste Mario Luis. Die Leiche ist schon stark verwest. Nicht weit entfernt entdecken die Forstarbeiter auch sein Fahrrad. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Eberswalde die Nachricht vom Fund der Leiche. Danach beginnt eine intensive Suche in dem abgelegenen Wald. Am nächsten Tag wird auch die Leiche des zweiten vermissten Jungen, Henry Specht, entdeckt. Beide Kinder wurden bestialisch ermordet, mit durch Schiele gefunden. Doch ein eindeutiges Tatmotiv ist nicht zu erkennen und der Mörder hinterließ keine Spuren. Angst und Aufregung in der Stadt. Kinder dürfen nicht mehr allein im Freien spielen. Aus Frankfurt-Oder werden Spezialisten von der Mordkommission nach Eberswalde beordert. Dann haben wir gesagt, naja, solange wir das nicht geklärt haben, wird wohl Eberswalde unser ständiger Wohlort sein. Hier werden wir wahrscheinlich nicht eher weg dürfen, denn die große Trommel rührte schon. Die Partei hatte sich eingeschaltet und das Ministerium des Innern und alles war schon unterwegs. Das Ministerium für Staatssicherheit hat ihre Experten rausgeschickt und so begann aus meiner Sicht die Ermittlungstätigkeit. Was die Kriminalisten damals nicht ahnen, Erwin Hagedorn, der Mörder, wohnt ganz in der Nähe. In dieser Umgebung ist er aufgewachsen. Unsere Jungen hier waren ein ganz Teil in dem Alter. Die sind Fußball spielen gegangen, die haben hier auf dem Hof unter den Kiefern gebolzt. Aber Erwin war da nie dabei. Menschenscheu ist Erwin jedoch nicht. Er spielt gern mit jüngeren Kindern, zunächst noch mit Mädchen. Er lockt sie in seine sogenannte Folterhöhle, eine Schuppenecke am Rand des Hofes. Dort werden die Mädchen ein wenig gepiesackt und gequält. Harmlose Spiele, so empfinden es die Kinder. Doch einmal geht Erwin zu weit. Ute Heinold ist das Opfer. Da hat er die Ute befesselt und hat sie mit dem Messer betrot. Und die Michaela, ihre Freundin, die ist vorher nach Hause, weil ihr das irgendwie schon zu dumm vorkam. Und Ute ist mit ihm hier aufgewachsen, die hat sich nichts gedacht. Und dann natürlich war es schlimm, dann hat sie geschrien und zum Glück war im Nachbargarten jemand. Und da ist er wohl gestört worden. Und ich bin dann sofort zu den Eltern runter. Aufgeregt, wie ich war, bin ich da auch sehr energisch aufgetreten und habe gesagt, also wenn sowas noch einmal vorkommt, weil sie konnten sich das von ihren Erwin eigentlich gar nicht vorstellen. Weil ich sage, wenn das noch einmal vorkommt, gehe ich zur Polizei. Was anderes kann es nicht geben. Und von da an war Ruhe. Dennoch, selbst Heinolds komme nicht auf die Idee, dass Erwin der gesuchte Mörder sein könnte. Vom Täter fällt nach wie vor jede Spur. Wir haben die Schienenwege, alles, die Bahn und alles, was sich in Eberswalde irgendwie bewegt hat, wurde von uns in der Ermittlungstätigkeit berücksichtigt und irgendwie einbezogen. Weil die Opfer so zugerichtet sind, konzentriert sich die Suche nach dem Mörderschnepp psychisch gestörten Täter. Die Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses in Ede wird genauestens durchleuchtet. Auch jeden erfassten Sexualtäter kontrollieren die Kriminalisten. Selbst weit zurückliegende Delikte werden noch einmal unter die Lupe gelungen. Aber auf eine heiße Spur stoßen sie auch hier nicht. Erwin Hagedorn gerät nicht in die Ermittlungsmaschinerie. Er verhält sich äußerlich ganz normal. Tag für Tag erscheint er pünktlich in der Mitropa Bahnhofsküche. Er ist Kochlehrling. Als er seine Ausbildung begann als Koch, hat er sich dann am ersten Tag in seine Kochuniform geworfen. Und dann muss er wohl von seinem Opa eine Messertasche bekommen haben. Die wandte er sich um, kam in die Küche und sagte, hier ist Jibinik, ich heiße Erwin und möchte Koch werden. Hier kann Erwin unauffällig seiner heimlichen Leidenschaft nachgehen, dem Hantieren mit Messern. Wenn es darum geht, im Keller Fische zu schlachten, dann meldet sich Erwin freiwillig. Dieses Fischenschlachten hatte für mich keine sexuelle Bedeutung. Jedoch war es für mich eine innerliche Genugtuung zuzusehen, wie sich die Karpfen bzw. Aale mit ihren Tode kämpften. Wobei ich dann die Aale den Kopf abschlug und ich bevorzugte besonders gerne große Aale zu schlachten. Karpfen haben ja allerdings nach diesen, nach den Abstechen kein langes Leben mehr, aber Aale. Bei den Mädchen in seiner Lehrlingsgruppe ist Erwin nicht sonderlich beliebt. Er wirkt zu plump und er ist ihnen zu grob. Die anderen Lehrlinge, die haben so ein bisschen isoliert. Denn die waren manchmal ziemlich lustig und fidel und so, aber er war nie so mit da drin, ja. Er hatte auch nie eine Freundin gehabt und ich einen Freund auch nicht. In den Jahren, da möchte man ja schon mal eine Freundin haben als junger Mann, ne. Im Sommer 1969 ist natürlich auch in der Metropa der Kindermörder von Eberswalde Thema Nummer 1. Erwin diskutiert munter mit und fordert sogar besonders drastische Strafen. Ich stand in der Essenausgabe und da kam er. Ich sagte, Erwin, was sagst du denn dazu, zu den Schweinereien, was da passiert ist mit den Kindern? Ja, das sagte er, die Zeugen dazu sagen, dem musste man einen Marchplatz stellen, an den Pfahl anbinden, mit Benzin übergissen und einstecken. Also das hat er direkt persönlich zu mir gesagt. Noch sind die Ermittler dem Psychotäter nicht auf die Spur gekommen. Eine vage Hoffnung für sie ist der renommierte Gerichtspsychiater Dr. Hans Schäfczyk von der Berliner Charite. Der einzige Spezialist auf diesem Gebiet in der DDR. Alle kriminaltechnischen Methoden der Ermittlungen schienen nicht zum Erfolg geführt zu haben, sodass sie einfach sich auch darum bemühten, was heute ja sehr viel häufiger ist, aber damals für die DDR völlig ungewöhnlich war. Aber in den USA machte man es schon, dass man Profile von Tätern erstellte. Dr. Schäfczyk fährt nach Iberswalde in die Psychiatrie, um zum ersten Mal ein Täterprofil zu erstellen. Das einzige, was er in den Händen hat, sind die Akten und die Fotos mit den grausam ermordeten Kindern. Zusätzliches Material wird sogar aus der Bundesrepublik über die geheimen Kanäle der Stasi herangeschafft. Im Westen hatte einige Jahre zuvor der Kindermörder Jürgen Bartsch für Aufsehen gesorgt. Gibt es Parallelen? Nach Wochen harter Arbeit steht fest, der gesuchte Täter ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein pädophiler Blutsadist und er kann sehr professionell mit Messern umgehen. Die Psychiater haben uns ja auch dieses Täterprofil herauskristallisiert. Das lautete, es wird aller Wahrscheinlichkeit ein jüngerer Mann sein, der bisher unauffällig gelebt hat, der nicht vorbestraft ist. Die Sonderermittler der Staatssicherheit glauben nun, dem gesuchten Blutsadisten auf der Spur zu sein. Willi Eichstätt war in der Nähe des Tatortes. Und als Jäger ist er geübt im Umgang mit Messern. Er wird zum Verhör geholt. Erst haben sie gesagt, ihnen fällt immer wieder was Neues ein. Und dann, sie erzählen immer dasselbe. Und sie wollen mit mir mal zum Psychiater gehen. Und da war ich dann schon so wütend. Ich habe gesagt, naja, wir können ja hin, die Klapsmühle ist ja nicht wert. Wir werden ja sehen, wen sie da behalten. Ich habe ja gesagt zu denen, ich muss feststellen, dass ihr überhaupt nichts wisst. Wieso? Ich habe gesagt, sonst würde das euch mit mir nicht so lange aufhalten hier. Mit den Palabern. Das habe ich ihnen gesagt. Die Stasi bleibt trotzdem fixiert auf Willi Eichstätt. Mehrere IM schnüffeln in seinem Privatleben herum. Verwandte, Mitschüler, Lehrer, Nachbarn, Jäger und Förster werden befragt. Als das nichts bringt, wird ein Eube, ein Offizier im besonderen Einsatz, zu Eichstätt geschickt. Getarnt als Jäger. Auf einer gemeinsamen Pirsch schießt der Eube ein Tier absichtlich nur an. Dann wartet er ab, ob Eichstätt das angeschossene Wild mit dem Messer sadistisch absticht. Erstens mal habe ich mal als Jansjung angefangen, habe ich mal ein Kitz versucht abzunicken mit dem Messer. Und das hat geschrien wie ein kleines Kind. Und da habe ich gesagt, ich habe dann grundsätzlich, wenn das Wild nicht gleich verendet war, einen Fangschuss gegeben. Und zum anderen wusste ich ja genau, was der sehen wollte. Und aus dem Grunde habe ich das schon nicht gemacht. Willi Eichstätt ist nicht der gesuchte Blutsadist. Das ist auch der Stasi bald klar. Dennoch setzt sie ihre Observation weiterhin fort. Berge von Papier werden beschrieben. Ein Täter muss endlich her. Anfang 1970 erschort er der Kreiszeitung in der Metropa, um einen Artikel über Kochlehrling Erwin Hagedorn zu verfassen. Rendezvous mit Erwin Hagedorn. Ein Porträt über, Zitat, einen jungen Mann von heute, einen Jungsozialisten, der mit seinem Fleiß, seinen schöpferischen Ambitionen, anderen hilft, sich jenes Denken und Handeln zu eigen zu machen, wie es ihm täglich Bedürfnis ist. Anlass der Zeilen? Erwin Hagedorn war in die SED eingetreten, auf Drängen seiner Eltern. Im Lauf des Jahres weiß die Presse noch mehr über Erwin zu berichten. Erwin spielt erfolgreich Theater, Laientheater. Das Arbeitertheater im Reichsbahnausbesserungswerk ist ein regionales Vorzeigeensemble. Erwin genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Applaus und Anerkennung, die ihm allzu oft versagt geblieben sind. Ein halbes Jahr nach dem Mord an den zwei Jungen fühlt sich Erwin Hagedorn absolut sicher. Er fühlt sich so sicher, dass er sogar mit der Polizei Katz und Maus spielt. Er lotst die Volkspolizisten in den Wald zu einer Schulmappe und einem Schlüpfer, die er bei einer Radtour entdeckt hatte. Die Polizei nimmt den Hinweis dankend auf. Für die Kriminalisten ist es einer von 1750 Hinweisen aus der Bevölkerung, der sie am Ende nicht weiterbringt. Schließlich muss Heinz Kabel von der Mordkommission die Ermittlungen. Als ich den Vorgang vorläufig eingestellt habe, ging es immer so ein bisschen kalt. Über den Puckel runter. Weil wir niemandem was sagen konnten. Wir mussten ja nun doch nochmal den Eltern sagen. Also wir haben kein Erfolg gehabt. Es ist vorläufig eingestellt. Es wird weiterhin dran gearbeitet. Aber im Moment haben wir keine Hinweise, die uns berechtigen, mit einem Ermittlungsverfahren weiter vorzugehen. Übereins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Clan. Der kommt wieder. Die Befürchtungen der Kriminalisten sollen sich bald schon bewahrheiten. Im Sommer des Jahres 1971 fährt Erwin wieder durch die Wälder. Träumt von Folter und Blut. Und er spricht auch wieder blonde Jungen an. Dann kommt der Oktober. Am 9.10. 1971 verließe ich die Wohnung zwischen 14 und 15 Uhr mit dem Ziel, einen Jungen für sexuelle Handlungen zu finden. Erwin trifft einige Kinder. Aber seine Annäherungsversuche schlagen fehl. Doch der innere Druck wächst. Seine blutigen Fantasien werden und stärker. Ich ging dann hin zu den Neubauwohnungen der Wildparkstraße. In Höhe der letzten Garage hörte ich plötzlich ein aufhörliches Geräusch. Der Junge begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er rennt durch den Wald, hinaus auf eine einsame, menschenleere Wiese. Niemand kann ihm dort mehr helfen. Eine Stunde nach der Tat ist Hagedorn zurück in der Wohnung. Sorgfältig säubert er seine Knautschlagjacke. Dann verbrennt er sein blutbeschmiertes Taschentuch. Daraufhin ging ich wieder in mein Zimmer und schaltete mein Tonbandgerät plus Radio ein. Dann hörte ich den ganzen Abend lang Tonbandmusik. Inzwischen herrscht in der Wildparkstraße große Aufregung. Der zwölfjährige Ronald Winkler ist nicht nach Hause gekommen. Sofort ist die Angst vor dem grausamen Kindermörder wieder da. Die Eltern alarmieren die Polizei. Großfahndung. Doch die Suche am Abend bleibt erfolglos. Am nächsten Tag wird Ronald Winkler gefunden. Tot. Die Leiche ist bestialisch zugerichtet. Der ganze Körper mit Messerstichen traktiert. Als wir hier ankamen im Wald, die Gedanken waren sofort da. Hier ist ein Zusammenhang zu dem Doppelmord vor zwei Jahren zu sehen. Die neueste Technik, die wurde herangeschafft und ich weiß nicht, die einzelnen Nadeln wurden aufgehoben und alles zusammengetragen, was irgendwie mit dem Fund oder mit dem Tatort im Zusammenhang stehen könnte. Und es gibt Spuren. Zwischen den Kiefernadeln finden die Kriminaltechniker Fasern von einer Knautschlagjacke. Was die Ermittler nicht wissen, Hagedorn ist längst in ihren Akten erfasst. Seine kindlichen Messerspielereien in der Folter-Ecke auf dem Hof waren der Polizei nicht ganz verborgen geblieben. Es gibt eine Aktennotiz. Aber da Erwin in der Kinderkartei erfasst ist, bleibt er weiterhin unerkannt. Nach vier Wochen intensiver Ermittlungen sind die Kriminalisten wieder einmal am Punkt Null. Wieder ist es Dr. Schäfczyk aus der Berliner Charité, der die Ermittler entscheidend voranbringen soll. Der Täter war auf keinen Fall zwischen den Morden untäglich. Es muss harmlos erscheinende sexuelle Annäherungsversuche gegeben haben. Er rät den Kriminalisten, in die Schulen zu gehen und die Kinder feinfühlig nach solchen Erlebnissen zu befragen. Die Zeit warnt Dr. Schäfczyk, denn der Mörder wird immer schneller zuschlagen. Es war die Aufgabe für die Kinder, falls sie schon mal was erlebt haben, dass sie das wollen. Die Situation war ja so grenzlich, dass wir jeden Tag damit schon gerechnet haben. Der Täter kann wieder morgen oder heute schon oft wieder aufgetreten sein und wir wissen es bloß noch nicht. Ja, also wir wollten die Kinder auf alle Fälle vorbereiten, wenn sowas ist, dass sie sich dann sofort anvertrauen, vertrauen zu ihren Eltern oder Lehrer oder auch der Polizei. Zunächst erfahren die Kriminalisten nichts Verwertbares, aber dann der erhoffte heiße Tipp. Der zwölfjährige Schüler Andreas erzählt eine Geschichte, die Jahre zurückliegt. Ich bin mit meiner Mutter im Wald Skilaufen gewesen und bei uns ist der Erwin Hageldorn dort offen. Und in dem Zusammenhang hat er sich dort mit meiner Mutter unterhalten und hat sie dann gefragt, ob er mich mitnehmen kann zum Skilaufen mit in den Wald. Und sie hat damals zugestimmt gehabt und daraufhin bin ich, weil ich ihn ja auch von der Schule her schon kannte, bin ich mit ihm mit dem Wald Skilaufen gefahren. Und als er wahrscheinlich einen gewissen Punkt erreicht hatte, wo er gedacht hat, dass ihn keiner mehr sieht, und haben wir angehalten und dann hat er mir mit der Faust am Kopf gehauen, sodass ich umfiel und mit dem Rücken im Schnee lag. Daraufhin hat er ein Taschenmesser, glaube ich, damals ein Taschenmesser gehabt, ein Taschenmesser gezogen, ungefähr die Länge so, und hat es dann neben mir in den Schnee, neben dem Kopf in den Schnee reingehauen. Und daraufhin hat er dann mir gesagt, ich soll keine Angst haben weiter, er macht nichts weiter und hat die Hose von mir geöffnet, hat sich die Schlechtseile angeguckt, hat daran rumgespielt und daraufhin muss er sich aber dann zufrieden gegeben haben damit. Und danach haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht und auf den Rückweg hat er dann nur noch laufend zu mir gesagt, dass ich ihm keinmal erzählen soll darüber, auch die Eltern nicht, ansonsten würde er mich, würde er ihm das wahrmachen, was er angesagt hat, er wollte mich eigentlich dann umbringen. Jahrelang hat Andreas Kittel aus Angst geschwiegen. Selbst seine Eltern erfahren kein Wort von ihm. Damals kannte er den Namen des Täters nicht, aber er wusste, in welcher Gegend er wohnt, und er wusste vor allen Dingen, wie er aussieht. Aufgrund dessen habe ich dann in der Meldestelle alle Anträge für Personalrausweise, wo ein Passbild drauf ist, eingenommen, habe ihm dann die vorgelegt, und da sagte Andreas gleich, das ist er, das ist er. Endlich bekommt der Täter ein Gesicht und einen Namen. Der Rest ist Routine für die Polizei. Am 12. November 1971 wird Erwin Hagedorn verhaftet und nach Frankfurt-Oder in die Untersuchungshaft gebracht. Schon in den ersten Vernehmungen gesteht Erwin Hagedorn die Morde. Er wirkt wie erleichtert. Zwei Tage später erfährt die Bevölkerung von der Ergreifung des Täters. Wir waren dermaßen erschüttert, dass er sich so verstellt hat. Ich meine, im Innern muss es doch bei ihm schon ganz arg ausgesehen haben. Man kann es keinem ansehen. Unvorstellbar. Wir konnten es alle nicht fassen. Im ganzen Haus nicht. Unvorstellbar auch, wie Hagedorn auf die Kriminalisten wirkt. Fassungslos erleben sie, wie er seine furchtbaren Mordtaten schildert. Ohne Scheu, ohne Scham und völlig ohne Anteilnahme. Er scheint kaum zu begreifen, dass er ein sadistischer Mörder ist. Hier fanden die Vernehmungen statt. Erwin kam immer durch diese Tür. Hier wurde er reingebracht. Er kam bis hier, nahm Haltung an und sagte, Guten Morgen, Herr Kabel, auf welche Fragen darf ich heute eine Antwort geben? Dann, wenn hier der Schreibtisch stand, durfte er sich hier auf den Stuhl hinsetzen. Und dann, na, wie geht's? Wie war die Nacht? Weil er ja doch ein bisschen mit den Bandscheiben zu tun hatte. Und dann kam schon von ihm alleine, naja, heute ist für mich nicht der günstigste Tag zur Vernehmung. Ich habe Schmerzen und könnte sein, dass ich mich ein bisschen dumm anstellen würde bei der Beantwortung der einzelnen Fragen. Können wir es nicht verschieben? Und dann habe ich ihn noch gar nicht länger gequält und habe gesagt, Ab, Erwin, wir sehen uns das nächste Mal, wenn du wieder besser bei Laune bist. Der muss sich doch innerlich ein bisschen gefreut haben darüber, denn bei der nächsten Vernehmung war er wieder so bereitwillig und hat alles erzählt, was er glaubte erzählen zu müssen und wo nach er gefragt wurde. Nachdem ich vergeblich den ganzen Nachmittag nach einem passenden Jungen gesucht hatte und zwei Versuche fehlgeschlagen waren, kam mir der Junge am Abend sehr gelegen, um meine sexuellen Handlungen an ihm durchführen zu können. Seit der Kontaktaufnahme, das heißt, seitdem ich ihn gesehen hatte, war ich leicht sexuell erregt. Diese Erregung steigerte sich dann am Betonklotz, beziehungsweise als wir den Weg rüber gingen über die Wiese bis zu seiner Bude. Ich forderte ihn auf, mich zu nähern und sich seine Hosen herunterzuziehen. Dieses tat er ohne Widerspruch und ich führte an ihn, an sein Glied, sexuelle Handlungen durch, wobei mein Glied steif war. Erwin Hagedorn spricht nicht nur über seine Mordtaten. Er erzählt den Kriminalisten ungewöhnlich ausführlich auch von seiner Kindheit, über die Hänselei in seiner Mitschüler, die ihn Amanda das Huhn nannten und über das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern, die an ihn immer viel zu hohe Ansprüche stellten. Seine ganze Erziehung, die war ja so Einbahnstrecke, da stand ja nur ein Wort immer an der Wand und das war der Sozialismus. Und in dieser Richtung musst du dich bewegen, um den Mahl zu erreichen und dort ein vollwertiger Mensch zu sein. Und was er nun als Junge, als Kind und auch Jugendliche für eigene Bedürfnisse hatte, die wurden ja auch von seinen Eltern gar nicht so beachtet. An der Erziehung hat es bestimmt nicht gelegen, weil der Kontakt zwischen Sohn und Eltern, der war, ja, wir haben sie gesagt, bei einer Affenliebe nicht, haben es manchmal nicht verstanden, weil er eben nur mit den Eltern unterwegs ist. Eigentlich haben uns die Eltern wettgetan. Beide Eltern arbeiten im Reichsbahnausbesserungswerk, einige Eltern der Opfer auch. Hagedorns werden beschimpft, bespuckt und sogar täglich angegriffen. Die Situation wird für sie unerträglich. Und schließlich verlassen sie Eberswalde. In Frankfurt-Oder sind unterdessen die Vernehmungen in vollem Gange. Selbst lang gediente Kriminalisten sind fassungslos über Hagedorn. Die Art und Weise, wie er erzählt, über seine Triebe, seine sexuellen Fantasien, seine Lust am Quälen und Töten. Noch nie hatten sie erlebt, dass ein Mörder so offen die Abgründe seiner kranken Seele preisgibt. In der Zwischenfrage, waren Sie bei den Stichen sexuell erregt? Ja, ich war sehr, sehr stark sexuell erregt bei diesen Stichen. Welche Wirkung hatten die Stiche auf Sie selbst? Und diese Stiche hatten die Wirkung, dass ich mich in gewisser Hinsicht sexuell befriedigte. Da ist uns die Idee gekommen, wir könnten auch die ganze Geschichte mal verfilmen. Es stand bloß die Frage, machen wir das mit Hagedorn und spielen da mit? Oder machen wir nur einen Rekonstruktionsfilm? Erwin meistert. Ende November beginnen die Dreharbeiten in Eberswalde an den Originalschauplätzen. Polizei regelt die Straße ab. Rasch verbreitet sich die Nachricht, Hagedorn ist wieder in der Stadt. Immer mehr Menschen sammeln sich vor dem Haus. Lüns-Justiz-Stimmung. Die Volkspolizei muss Hagedorn schützen. Wenn Sie ihn damals mal durch Eberswalde geführt hätten, da wäre er nicht durch Eberswalde gekommen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also so oft gewühlt waren die Menschen hier in Eberswalde. Am nächsten Tag fährt der Drehstab in den Wald und den Original-Tatorten. Hagedorn ist mit vollem Eifer bei der Sache. Er steht im Mittelpunkt und genießt es. Die eigentlichen Handlungen, die hat er ja selbst gemacht. Wir wussten am besten, was er gemacht hat. Und so hat er uns das auch wieder vorgespielt. Eine heikle Frage nur, wer spielt die Opfer? Die Kriminalisten entschließen sich, die eigenen Kinder mitspielen zu lassen. Ein Risiko. Aber Horst Pobila bleibt immer in Erwins Nähe. Die ganz scharfen Sachen, wie er mit dem Messer da manipuliert und so, da haben wir ja Puppen immer. Und ansonsten, die Jungs wurden noch vorher instruiert und dazu keine Angst haben. Na klar, wenn man das heute aus heutiger Sicht sieht, sagt man vielleicht, naja, ein bisschen weit gegangen oder nicht, aber wir haben es damals gemacht. Und ich denke, wir haben es nicht verkehrt gemacht. Erwin zeigt genau, was im Mai 69 geschah. Er verletzt einen Jungen absichtlich, um die Kinder zu trennen. Unter dem Vorwand, Hilfe zu holen, lockt er den anderen Jungen in den dichten Wald. Daraufhin steckte ich meinen rechten Arm aus und starb den Jungen in die Herzgegend. Der hat das alles nochmal durchlebt. Selbst. Nachdem ich den Tatort verlassen habe, ging ich zurück zu den kleineren Jungen. Daraufhin entfasste ich nochmal den Entschluss, auch den kleineren Jungen zu töten, wobei ich wieder ein steifes Glied hatte, also ich war wieder sexuell erricht. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, guckte ich auf die Uhr und stellte fest, dass es genau 17.57 Uhr war. Wenn Sie Haare Dornen so kennengelernt hätten, ohne zu wissen, wer es ist, dann hätten Sie gedacht, es ist ein Weichei. Von mir aus gesehen, ausgedrückt jetzt. Ja, also, dass Sie sich den als brutalen Mensch hätten vorstellen können, das war gar nicht drin. Das gab es nicht. Und der hat doch nichts bereut. Der hat klipp und klar gesagt, also, wenn die Zeit dran ist, dann mache ich das wieder. Bevor der Prozess beginnen kann, wird Erwin Hagedorn in die Gerichtspsychiatrie der Berliner Charité gebracht. Dr. Schäftschick muss klären, ob der Täter überhaupt schuldfähig ist. Von seinem Gutachten hängt viel ab. Erwin ist nach wie vor außerordentlich kooperativ. Er hatte etwas zählt, das hatte er schon bei der Kriminalpolizei gesagt, und das hatte er auch bei uns in der Abteilung erwähnt, das hat er mehrfach wiederholt. Und für mich ist das eine sehr deutliche Beschreibung seines eigenen Empfindens. Er meinte, er habe sich in den ganzen Jahren bis zu seiner Festnahme wie auf einem Karussell gefühlt, was sich immer, immer schneller anfing zu drehen und von dem er selber eigentlich nicht mehr herunringen konnte. Dann beschreibt er seine sadistischen Träume. Visionen von Folter und Mord. Es wurde immer schneller und durch diese Festnahme hat jemand von außen festgehalten und das Karussell stand. Ich glaube, er hatte in vielen Dingen, er wusste, dass er Leute umgebracht hat und ihm vorher sehr viel Schmerzen angetan hat. Das wusste er schon. Für ihn als Sadist war das eigentlich der Grund seiner sexuellen Befriedigung. Dass er Kinder quälte, dass er auch Widerstand spürte, das machte ihn noch erregter und dass er auch durch, bei ihm war es so durch den Schnitt in den Hals, wo das Blut aus dem Halsadern floss, eben er auch seine sexuelle Befriedigung fand. Aber er wusste natürlich, dass man so etwas nicht tun darf. Das war ihm schon klar. Die Mediziner kommen zu dem Schluss, Hagedorn ist ein homosexueller, pädophiler Blutsadist. Und er ist schuldfähig, weil er seine Morde genau plante und nicht im Affekt vollbrachte. Alle sind sich einig, dass er zeitlebens eine Gefahr bleiben wird. Sie empfehlen daher nach seiner Haftverbüßung eine ständige Sicherheitsverwahrung. Es gibt immer die Überlegungen, kann man durch eine Sterilisation oder durch eine Kastration eventuell das korrigieren. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit Medikamenten, also Antihormonen, dagegen zu arbeiten. Das kann man machen, das tut man heutzutage auch. Das hätte man damals auch schon machen können. Ein großes Problem ist, dass man nicht die sadistische Struktur, Triebstruktur wird ändern können. Nach dem Abschlussgutachten der Psychologen steht dem Prozessbeginn nichts mehr im Wege. Die Staatsanwälte in Frankfurt-Oder wollen Erwin Hagedorn lebenslänglich hinter Gitter bringen. Doch vom Generalstaatsanwalt aus Berlin kommt die Order, die Todesstrafe zu beantragen. Noch einmal wird die Anklage umformuliert, verschärft. Am 9. Mai 1972 beginnt die Verhandlung in Frankfurt-Oder. Erwin Hagedorn hat seinen letzten großen Auftritt. Doch er redet sich mit seinen Aussagen endgültig um Kopf und Kragen. Vor Gericht gesteht er die Morde und diverse Mordvorbereitungen. Seinem Verteidiger schneidet er das Wort ab. Er zeigt keine Reue. Alles läuft im Sinne der Anklage. Der Angeklagte hat sich durch permanentes, verbrecherisches Verhalten außerhalb der sozialistischen Gesellschaft gestellt und das Recht verwirkt, in dieser, unserer humanen Gesellschaft zu leben. Der Angeklagte wird wegen mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes teilweise in Tateinheiten mit mehrfacher vollendeter und versuchter Nötigung zu sexuellen Handlungen zum Tode verurteilt. Das Urteil wird nur in der Eberswalder Regionalzeitung veröffentlicht, ohne Kommentar. Erwin Hagedorn bleibt vorerst in der Frankfurter Haft, während sein Verteidiger in Revision geht. Die Revisionsverhandlung in Berlin ist nur kurz und bestätigt das Todesurteil. Jetzt bleibt den Eltern nur noch eine Chance, ein Gnadengesuch zu stellen. Das Gesuch geht an den Staatsratsvorsitzenden. Es ist die Zeit des Gerangels um die Macht zwischen Honecker und Ulbricht. Honecker ist schon SED-Chef, aber noch ist nominell Ulbricht der oberste Mann im Staat. Er erhält die Akte Hagedorn mit der Empfehlung, das Gnadengesuch zu unterzeichnen. Dann erfährt Ulbricht, dass mit dem Mörder ein Film gedreht wurde. Den will er sehen. Jetzt werden Erwin Hagedorn seine Mitteilsamkeit und sein Eifer bei den Dreharbeiten zum Verhängnis. Da ich das Messer aber schon in der rechten Hand hatte, stach ich kurz und schlossen in seine linke Brust. Ulbricht ist entsetzt. Er lehnt das Gnadengesuch ab. Dann geht alles sehr schnell. Erwin Hagedorn wird aus Frankfurt verlegt. Über die Stationen Kottbus und Torgau gelangt er am 15.09.1972 vormittags in die Haftanstalt nach Leipzig. Er selbst weiß nicht, wo er sich befindet. In diesem Raum wird ihm mitgeteilt, dass sein Gnadengesuch abgelehnt wurde und dass das Urteil nun zur Vollstreckung ansteht. Er darf noch einen Abschiedsbrief schreiben. Dann wird Hagedorn in diesen leeren Raum geführt. Der Henker tritt unbemerkt von hinten an ihn heran. Das war eigentlich für alle ein Schock. Dass er wirklich hingerichtet wird, war überhauptstand außerhalb jeglicher Vorstellung von uns. Ich habe schon damit gerechnet. Und ich habe gedacht, alles andere wäre wahrscheinlich nicht die richtige Strafe gewesen. Also, ich muss mal auch für die Opfer sprechen. Wer drei Kinder umbringt in dem Alter, der hat sein Leben verwirkt. Und damals gab es eine Todesstrafe. Ich habe sie nicht ausgesprochen. Aber ich war nicht dagegen, sage ich Ihnen ehrlich. Man hätte das nicht machen dürfen. Ich bin prinzipiell gegen die Todesstrafe. und würde dafür eigentlich auch eintreten wollen. Der war eigentlich krank. Und da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, ihn irgendwie zu therapieren. Die Todesstrafe war auch in der DDR umstritten. Sie wurde zumeist heimlich vollstreckt, besonders seit Beginn der 70er Jahre, als es um die diplomatische Anerkennung der DDR ging. Erwin Hagedorns Leiche wird im Krematorium des Leipziger Südfriedhofes verbrannt. Seine Eltern erhalten davon keine Nachricht. Auch der Abschiedsbrief wird ihnen nicht übergeben. Sie haben keinen Anspruch auf irgendetwas, wird ihnen lapidar mitgeteilt. Von Erwin Hagedorn bleibt nur diese Karteikarte. Auch der aufwendig gedrehte Rekonstruktionsfilm verschwindet sang- und klanglos im Archiv. Rekonstruktionsfilm Auf Forderung nachzukommen, stach ich zu. Aufgrund dessen, dass der Junge dann nur versucht, um Hilfe zu schreien, schnitt ich ihm noch seinen Hals durch. Zuvor wickelte ich aber mein Taschentuch und meinen linken Daumen und drückte ihm die Kehlkopf ein. Für die Volkspolizei ein Phänomen. Im Ministerium des Innern wird entschieden, den Fall Hagedorn für einen Polizeilehrfilm festzuhalten. Ein einmaliges Dokument. Die Kamera ist immer dabei. Auch im Gerichtssaal. Ich beantrage daher den Angeklagten Erwin Hagedorn wegen Verbrechen des mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes zum Tode zu verurteilen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, welchen Jungen ich zu sexuellen Handlungen nehme. Charakterisieren möchte ich diesen Jungen, dass er seinem Alter entsprechend seine Größe sein muss, dass er nicht zu mager oder zu dick ist, dass er nach Möglichkeit keine abstellenden Ohren hat, kein Brillenträger ist, dass sein ganzes Wesen kindlich ist. Die Wälder am Rande der Kleinstadt Eberswalde 40 Kilometer nördlich von Berlin. Eine Szene aus dem Polizeilehrfilm. 31. Mai 1969. Der 17-jährige Erwin Hagedorn ist auf der Suche nach blonden Knaben. Er stößt auf zwei neunjährige Jungen und spricht sie an. Was macht ihr hier? Dann lädt er sie zu einer Radtour ein. Den Kindern gefällt der Vorschlag und die gemeinsame Fahrt beginnt. Der Jäger Willi Eichstätt ist der letzte, der die Jungen liebend gesehen hat. Da kam eine männliche Person mit zwei Kindern vorbei, ist in der Richtung gefahren. Und der sagte dann zu den Kindern, Irgendwann ist der Jäger oder irgendwie, was die gehabt hat, nicht weiter darauf geachtet. Was dann geschieht, weiß nur Erwin Hagedorn. Zwei Stunden später, gegen 19 Uhr kehrt Erwin Hagedorn runter. Dann beschreibt er seine sadistischen Träume. Visionen von Folter und Mord. Es wurde immer schneller und durch diese Festnahme hat jemand von außen festgehalten und das Karussell stand. Ich glaube, er hatte in vielen Dingen, er wusste, dass er Leute umgebracht hat und ihm vorher sehr viel Schmerzen angetan hat. Das wusste er schon. Für ihn als Sadist war das eigentlich der Grund seiner sexuellen Befriedigung. Dass er Kinder quälte, dass er auch Widerstand spürte, das machte ihn noch erregter und dass auch durch bei ihm war es so durch den Schnitt in den Hals, das Blut aus dem Hals Hadernfloss eben er auch seine sexuelle Befriedigung fand. Aber er wusste natürlich, dass es, dass man so etwas nicht tun darf. Das war ihm schon klar. Die Mediziner kommen zu dem Schluss, Hagedorn ist ein homosexueller, pädophiler Blutsadist und er ist schuldfähig, weil er seine Morde genau plante und nicht im Affekt vollbrachte. alle sind sich einig, dass er zeitlebens eine Gefahr bleiben wird. Sie empfehlen daher nach seiner Haftverbüßung eine ständige Sicherheitsverwahrung. Es gibt immer die Überlegungen, kann man durch eine Sterilisation oder durch eine Kastration eventuell das korrigieren oder es gibt auch die Möglichkeit mit Medikamenten, also Antihormonen dagegen zu arbeiten. Das kann man machen, das tut man heutzutage auch, das hätte man damals auch schon machen können. Ein großes Problem ist, dass man nicht die sadistische Struktur, Triebstruktur wird ändern können. Nach dem Abschlussgutachten der Psychologen steht dem Prozessbeginn nichts mehr im Weg. Die Staatsanwälte in Frankfurt-Oder wollen Erwin Hagedorn lebenslänglich hinter Gitter bringen. Doch vom Generalstaatsanwalt aus Berlin kommt die Order, die Todesstrafe zu beantragen. Noch einmal wird die Anklage umformuliert, verschärft. Am 9. Mai 1972 beginnt die Verhandlung in Frankfurt-Oder. Erwin Hagedorn hat seinen letzten großen Auftritt. Als ich den Vorgang vorläufig eingestellt habe, ging es immer so ein bisschen kalt über den Puckel runter, weil wir niemandem was sagen konnten. Wir mussten ja nun doch noch mal den Eltern sagen, wir haben keinen Erfolg gehabt. Es ist vorläufig eingestellt, es wird weiterhin daran gearbeitet, aber im Moment haben wir keine Hinweise, die uns berechtigen, mit einem Ermittlungsverfahren weiter vorzugehen. Über eins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Clan, der kommt wieder. Die Befürchtungen der Kriminalisten sollen sich bald schon bewahrheiten. Im Sommer des Jahres 1971 fährt Erwin wieder durch die Wälder, träumt von Folter und Blut und er spricht auch wieder blonde Jungen an. Dann kommt der Oktober. Am 19. 1971 verließe ich die Wohnung zwischen 14 und 15 Uhr mit dem Ziel, einen Jungen für sexuelle Handlungen zu finden. Erwin trifft einige Kinder, aber seine Annäherungsversuche schlagen fehl. Doch der innere Druck wächst, seine blutigen Fantasien werden stärker. Ich ging dann hin zu den Neubauwohnungen der Wildparkstraße. In Höhe der letzten Garage hörte ich plötzlich ein aufbildliches Geräusch. Der Junge begeht einen verhängnisvollen Fehler. Er rennt durch den Wald hinaus auf eine einsame menschenleere Wiese. Niemand kann ihm dort mehr helfen. Eine Stunde nach der Tat ist Hagedorn zurück in der Wohnung. Sorgfältig säubert er seine Knautschlagjacke. Dann verbrennt er sein blutbeschmiertes Taschentuch. Daraufhin ging ich wieder in mein Zimmer und schaltete mein Tonbandgerät plus Radio ein. Dann hörte ich den ganzen Abend lang Tonbandmusik. Inzwischen herrscht in der Wildparkstraße große Aufregung. Der Zwölfjährige Ronald Winkler ist nicht nach Hause gekommen. Sofort ist die Angst vor dem grausamen Kindermörder wieder da. Die Eltern alarmieren die Polizei. Großfahndung. Doch die Suche am Abend bleibt erfolglos. Selbst diese Stiche hatten die Wirkung, dass ich mich in gewisser Hinsicht sexuell befriedigte. Da ist uns die Idee gekommen, wir könnten noch die ganze Schicht mal verfilmen. Es stand bloß die Frage, machen was mit Hagedorn und spielt er mit oder machen wir nur einen Rekonstruktionsfilm. Erwin meistert. Ende November beginnen die Dreharbeiten in Iberswalde an den Originalschauplätzen. Polizei regelt die Straße ab. Rasch verbreitet sich die Nachricht, Hagedorn ist wieder in der Stadt. Immer mehr Menschen sammeln sich vor dem Haus. Lünch Justiz Stimmung. Die Volkspolizei muss Hagedorn schützen. Wenn sie ihn damals mal durch Iberswalde geführt hätten, da wäre er nicht durch Iberswalde gekommen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also so aufgewühlt waren die Menschen hier in Iberswalde. Am nächsten Tag fährt der Drehstab in den Original Tatorten. Hagedorn ist mit vollem Eifer bei der Sache. Er steht im Mittelpunkt und genießt es. Die eigentlichen Handlungen hat er selbst gemacht. Er wusste am besten, was er gemacht hat. So hat er uns das auch wieder vorgespielt. Eine heikle Frage nur, wer spielt die Opfer? Die Kriminalisten entschließen sich, die eigenen Kinder mitspielen zu lassen. Ein Risiko. Aber Horst Pogila bleibt immer in Erwins Nähe. Die ganz scharfen Sachen, wie er mit dem Messer manipuliert und so, da haben wir ja Puppen immer. Und ansonsten, die Jungs wurden noch vorher instruiert und dazu keine Angst haben. Na klar, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, sagt man vielleicht, naja, ein bisschen weit gegangen oder nicht, aber wir haben es damals gemacht. Und ich verkehrt, ja, machen. Erwin zeigt genau, was im Mai 69 geschah. Wenn ich diesen Greifenspielen verlor, wusste mein Messer, was ich bei mir führte. Er verletzt einen Jungen absichtlich, um die Kinder zu trennen. Unter dem Vorwand, Hilfe zu holen, lockt er den anderen Jungen in den dichten Wald. schlussend. Daraufhin steckte ich meinen rechten Arm aus und stach den Jungen in die Herz Gegend. Der hat das alles nochmal durchlebt. Selbst. Nachdem ich den Tatort verlassen habe, ging ich zurück zu den kleineren Jungen. Ermittlungstätigkeit. Was die Kriminalisten damals nicht ahnen, Erwin Hagedorn, der Mörder, wohnt ganz in der Nähe. In dieser Umgebung ist er aufgewachsen. Unsere Jungen hier waren ganz Teil in dem Alter. Die sind Fußballspielen gegangen, die haben hier auf dem Hof unter den Kiefern gebolzt. Aber Erwin war da nie dabei. Menschenscheu ist Erwin jedoch nicht. Er spielt gern mit jüngeren Kindern, zunächst noch mit Mädchen. Er lockt sie in seine Folterhöhle, eine Schuppenecke am Rand des Hofes. Dort werden die Mädchen ein wenig gepiesackt und gequält. Harmlose Spiele, so empfinden es die Kinder. Doch einmal geht Erwin zu weit. Ute Heinold ist das Opfer. Da er die Ute befesselt und hat sie mit dem Messer bedroht. Und die Michaela, ihre Freundin, die ist vorher nach Hause, weil ihr das irgendwie schon zu dumm vorkam und Ute ist mit ihm hier aufgewachsen. Die hat sich nichts gedacht. Und dann natürlich war es schlimm, dann hat sie geschrien und zum Glück war im Nachbar Garten jemand. Und da ist halt wohl gestört worden. Und ich bin dann sofort zu den Eltern runter. Aufgericht wie ich war, bin ich da auch sehr energisch aufgetreten und habe gesagt, wenn sowas noch einmal vorkommt, sie konnten sich das von Erwin eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn das noch einmal vorkommt, gehe ich zur Polizei. Was anderes kann es nicht geben. Und von da an war Ruhe. Dennoch, selbst Heinholz komme nicht auf die Idee, dass Erwin der gesuchte Mörder sein könnte. Vom Täter fällt nach wie vor jede Spur. Wir haben die Schienenwege, alles, die Bahn und alles, was sich in Eberswalde irgendwie bewegt hat, wurde von uns in der Ermittlungstätigkeit berücksichtigt und irgendwie einbezogen. Weil die Opfer so zugerichtet sind, konzentriert sich die Suche nach dem Mörderschnitt psychisch gestörten Täter. Die Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses wird genauestens durchleuchtet. Auch jeden erfassten Sexualtäter kontrollieren die Kriminalisten. Selbst weit zurückliegende Delikte werden noch einmal unter die Lupe gelungen. Aber auf eine heiße Spur stoßen sie auch hier nicht. Erwin Hagedorn gerät nicht in die Ermittlungsmaschinerie. Er verhält sich äußerlich ganz normal. Tag für Tag erscheint er pünktlich in der Mitropa Bahnhofsküche, der zeitlebens eine Gefahr bleiben wird. Sie empfehlen daher nach seiner Haftverbüßung eine ständige Sicherheitsverwahrung. Es gibt immer die Überlegungen kann man durch eine Sterilisation oder durch eine Kastration eventuell das korrigieren oder es gibt auch die Möglichkeit mit Medikamenten also Antihormonen dagegen zu arbeiten. Das kann man machen, das tut man heutzutage auch, das hätte man damals auch schon machen können. Ein großes Problem ist, dass man nicht die sadistische Struktur wird ändern können. Nach dem Abschlussgutachten der Psychologen steht dem Prozessbeginn nichts mehr im Wege. Die Staatsanwälte in Frankfurt-Oder wollen Erwin Hagedorn lebenslänglich hinter Gitter bringen. Doch vom Generalstaatsanwalt aus Berlin kommt die Order, die Todesstrafe zu beantragen. Noch einmal wird die Anklage umformuliert, verschärft. Am 9. Mai 1972 beginnt die Verhandlung in Frankfurt-Oder. Erwin Hagedorn hat seinen letzten großen Auftritt. Doch er redet sich mit seinen Aussagen endgültig um Kopf und Kragen. Vor Gericht gesteht er die Morde und diverse Mordvorbereitungen. Seinem Verteidiger schneidet er das Wort ab. Er zeigt keine Reue. Alles läuft im Sinne der Anklage. Der Angeklagte hat sich durch permanentes verbrecherisches Verhalten außerhalb der sozialistischen Gesellschaft gestellt und das Recht verwirkt, in dieser unserer humanen Gesellschaft zu leben. Der Angeklagte wird wegen mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes teilweise in Tateinheiten mit mehrfacher vollendeter und versuchter Nötigung zu sexuellen Handlungen zum Tode verurteilt. Das Urteil wird nur in der Eberswalder Regionalzeitung veröffentlicht, ohne Kommentar. Erwin Hagedorn bleibt vorerst in der Frankfurter Haft, während sein Verteidiger in Revision geht. Die Revisionsverhandlung in Berlin ist nur kurz und bestätigt das Todesurteil. Jetzt bleibt den Eltern nur noch eine Chance, ein Gnadengesuch zu stellen. Das Gesuch geht an den Staatsratsvorsitzenden. Es ist die Zeit des Gerangels um die Macht zwischen Honecker und Ulbricht. Honecker ist schon SED-Chef, aber noch ist nominell Ulbricht, der oberste Mann im Staat. Er erhält die Akte Hagedorn mit der Empfehlung, das Gnadengesuch zu unterzeichnen. Dann erfährt Ulbricht, dass mit dem Mörder ein Film gedreht wurde. Den will er sehen. Jetzt werden Erwin Hagedorn seine Mitteilsamkeit gleich verendet war ein Fangschuss gegeben. Und zum anderen wusste ich genau, was der sehen wollte. Aus dem Grund habe ich schon Nähe macht. Willi Eichstätt ist nicht der gesuchte Blutsadist. Das ist auch der Stasi bald klar. Dennoch setzt sie ihre Observation weiterhin fort. Berge von Papier werden beschrieben. Ein Täter muss endlich her. Anfang 1970 erschrottet der Kreiszeitung in der Metropa, um einen Artikel über Koch-Lehrling Erwin Hagedorn zu verfassen. Rendezvous mit Erwin Hagedorn. Ein Porträt über Zitat einen jungen Mann von heute, einen Jungsozialisten, der mit seinem Fleiß, seinen schöpferischen Ambitionen anderen hilft, sich jenes Denken und Handeln zu eigen zu machen, wie es ihm täglich Bedürfnis ist. Anlass der Zeilen, Erwin Hagedorn war in die SED eingetreten, auf Drängen seiner Eltern. Im Lauf des Jahres weiß die Presse noch mehr Erwin Theater. Das Arbeiter Theater im Reichsbahn Ausbesserungswerk ist ein regionales Vorzeige Ensemble. Erwin genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Applaus und Anerkennung, die ihm allzu oft versagt geblieben sind. Ein halbes Jahr nach dem Mord an den zwei Jungen fühlt sich Erwin Hagedorn absolut sicher. Er fühlt sich so sicher, dass er sogar mit der Polizei Katz und Maus spielt. Er einer Schulmappe und einem Schlüpfer, die er bei einer Radtour entdeckt hatte. Die Polizei nimmt den Hinweis dankend auf. Für die Kriminalisten ist es einer von 1750 Hinweisen aus der Bevölkerung, der sie am Ende nicht weiter bringt. Schließlich muss Heinz Kabel von der Mordkommission die Ermittlungen an. Als ich den Vorgang vorläufig eingestellt habe, ging es immer so ein bisschen kalt über den Puckel runter. Weil wir niemandem was sagen konnten. Wir mussten ja nun doch noch mal den Eltern sagen. Also wir haben keinen Erfolg gehabt. Es ist vorläufig eingestellt. Es wird weiterhin daran gearbeitet. Aber im Moment haben wir keine Hinweise, die uns berechtigen, mit einem Ermittlungsverfahren weiter vorzugehen. Über eins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Clan der kommt wieder. Die Befürchtungen der Kriminalisten sollen sich bald schon bewahrheiten. Im Sommer des Jahres 1971 fährt Erwin wieder durch die Wälder, träumt von Folter und Blut. Und er spricht auch wieder blonde Jungen an. Dann kommt der Oktober. Am 19. 1971 verlet sich die Wohnungsverschuldung gefreut haben dadurch, denn bei der nächsten Vernehmung war er wieder so bereitwillig und hat alles erzählt, was er glaubte erzählen zu müssen und wo nach er gefragt wurde. Nachdem vergeblich den ganzen Nachmittag nach einem passenden Jungen gesucht hatte und zwei Versuche fehlgeschlagen waren, kam mir der Junge am Abend sehr gelegen, um meine sexuellen Handlungen an ihm durchführen zu können. Seit der Kontaktaufnahme war war ich leicht sexuell erregt. Diese Erregung steigerte sich dann am Betonklotz beziehungsweise als wir den Weg rübergingen über die Wiese bis zu seiner Bude. Ich forderte ihn auf, sich mich zu nähern und sich seinen Hosen herunter zu ziehen. Dieses tat er ohne Widerspruch und ich führte an ihn, an sein Glied sexuelle Handlungen durch, wobei mein Glied steif war. Erwin Hagedorn spricht nicht nur über seine Mordtaten. Er erzählt den Kriminalisten ungewöhnlich ausführlich auch von seiner Kindheit über die Hänselei in seiner Mitschüler, die ihn Amanda das Huhn nannten und über das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern, die an ihn immer viel zu hohe Ansprüche stellten. Seine ganze Erziehung, die war ja so Einbahnstrecke, da stand ja nur ein Wort immer an der Wand und das war der Sozialismus und in dieser Richtung musst du dich bewegen, um den mal zu erreichen und dort ein vollwertiger Mensch zu sein. Und was er nun als Junge, als Kind und auch Jugendliche für eigene Bedürfnisse hatte, die wurden ja auch von seinen Eltern gar nicht so beachtet. An der Erziehung hat es bestimmt nicht gelegen, weil der Kontakt zwischen Sohn und Eltern, der war, ja, wir haben sie gesagt, bei einer Affenliebe nicht, haben es manchmal nicht verstanden, weil er eben nur mit den Eltern unterwegs war. Eigentlich haben uns die Eltern nicht getan. Beide Eltern arbeiten im Reichsbahn Ausbesserungswerk, einige Eltern der Opfer auch. Hagedorns werden beschimpft, bespuckt und sogar täglich angegriffen. Die Situation wird für sie unerträglich und schließlich verlassen sie Eberswalde. In Frankfurt-Oder sind unterdessen die Vernehmungen in vollem Gange. Selbst langgediente Kriminalisten sind fassungslos über Hagedorn. Die Art und Weise wie er erzählt über seine Triebe, seine sexuellen Fantasien, seine Lust am Quälen und Töten. Noch nie hatten sie erlebt, dass ein Mörder so offen die Abgründe seiner kranken Seele preisgibt. In der Zwischenfrage, waren Sie bei den Stichen sexuell erreden? Als Jansjung angefangen habe ich mal einen Kitz versucht abzunicken mit Messer und hat geschrien wie ein kleines Kind und da habe ich gesagt, Grundsätzlich wenn die gleich verendet war einen Fangschuss gegeben. Zum anderen wusste ich genau, was der sehen wollte. Aus dem Grund habe ich es schon nicht gemacht. Willi Eichstätt ist nicht der gesuchte Blutsadist. Das ist auch der Stasi bald klar. Dennoch setzt sie ihre Observation weiterhin fort. Berge von Papier werden beschrieben. Ein Täter muss endlich her. Anfang 1970 erschorter der Kreiszeitung in der Metropa, um einen Artikel über Kochlehrling Erwin Hagedorn zu verfassen. Rendezvous mit Erwin Hagedorn. Ein Porträt über Zitat einen jungen Mann von heute, einen Jungsozialisten, der mit seinem Fleiß, seinen schöpferischen Ambitionen anderen hilft, sich jenes Denken und Handeln zu eigen zu machen, wie es ihm täglich Bedürfnis ist. Anlass der Zeilen Erwin Hagedorn war in die SED eingetreten, auf Drängen seiner Eltern. Im Lauf des Jahres weiß die Presse noch mehr über Erwin zu berichten. Erwin spielt erfolgreich Theater, Laientheater. Das Arbeitertheater im Reichsbahn Ausbesserungswerk ist ein regionales Vorzeige Ensemble. Erwin genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Applaus und Anerkennung, die ihm allzu oft versagt geblieben sind. Ein halbes Jahr nach dem Mord an den zwei Jungen fühlt sich Erwin Hagedorn absolut sicher. Er fühlt sich so sicher, dass er sogar mit der Polizei Katz und Maus spielt. Er lotst die Volkspolizisten in den Wald zu einer Schulmappe und einem Schlüpfer, die er bei einer Radtour entdeckt hatte. Die Polizei nimmt den Hinweis dankend auf. Für die Kriminalisten ist es einer von 1750 Hinweisen aus der Bevölkerung, der sie am Ende nicht weiterbringt. Schließlich muss Heinz Kabel von der Mordkommission die Ermittlungen an. Als ich den Vorgang vorläufig eingestellt habe, ging es immer so ein bisschen kalt über den Puckel runter, weil wir niemandem was sagen konnten. Wir mussten ja nun doch nochmal den Eltern sagen. Also wir kein Erfolg gehabt. Es ist vorläufig eingestellt, es wird weiterhin daran gearbeitet, aber im Moment haben wir keine Hinweise, die uns berechtigen, mit einem Ermittlungsverfahren weiter vorzugehen. Über eins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Clan, der kommt wieder. Die Befürchtungen der Kriminalisten sollen sich bald schon bewahrheiten. Im Sommer des Jahres 1971 fährt Erwin wieder durch die Wälder, träumt von Folter und Blut. Er hat sich die Schlechtseile angeguckt, hat daran rumgespielt und daraufhin muss er sich aber dann zufrieden gegeben haben damit. Danach haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht und auf den Rückweg hat er dann nur noch laufend zu mir gesagt, dass ich ihm was erzählen soll darüber, auch die Eltern nicht. Ansonsten würde er ihm das wahrmachen, was er angeduellt hat. Er wollte mich eigentlich dann umbringen. Jahrelang hat Andreas Kittel aus Angst geschwiegen. Selbst seine Eltern erfahren kein Wort von ihm. Damals kannte er den Namen des Täters nicht, aber er wusste, in welcher Gegend wohnt und er wusste vor allen Dingen, wie er aussieht. Aufgrund dessen habe ich dann in der Meldestelle alle Anträge für Personalrausweis, wo ein Passbild drauf ist, eingenommen, habe ihm dann die vorgelegt und da sagte Andreas gleich, das ist er, das ist er. Endlich bekommt der Täter ein Gesicht und einen Namen. Der Rest ist Routine für die Polizei. Am 12. November 1971 wird Erwin Hagedorn verhaftet und nach Frankfurt Oder in die Untersuchungshaft gebracht. Schon in den ersten Vernehmungen gesteht Erwin Hagedorn die Morde. Er wirkt wie erleichtert. Zwei Tage später erfährt die Bevölkerung von der Ergreifung des Täters. Wir waren dermaßen erschüttert, dass er sich so verstellt hat. Im Innern muss es doch bei ihm schon ganz arg ausgesehen haben. Man kann es keinem ansehen. Unvorstellbar. Wir konnten es alle nicht fassen. Im ganzen Haus nicht. Unvorstellbar auch, wie Hagedorn auf die Kriminalisten wirkt. Fassungslos erleben sie, wie er seine furchtbaren Mordtaten schildert. Ohne Scheu, ohne Scham und völlig ohne Anteilnahme. Er scheint kaum zu begreifen, dass er ein sadistischer Mörder ist. Hier fanden die Vernehmungen statt. Erwin kam immer durch diese Tür. Hier wurde er reingebracht, er kam bis hier, nahm Haltung an und sagte, guten Morgen, Herr Kabel, auf welche Fragen darf ich heute eine Antwort geben? Dann, wenn hier der Scheibtisch stand, durfte er sich hier auf den Stuhl hinsetzen und dann, na, wie geht's, wie war die Nacht, weil er ja doch ein bisschen mit den Bandscheiben zu tun hatte, und dann kam schon von ihm alleine, naja, heute ist für mich nicht der günstigste Tag zur Vernehmung, ich habe Schmerzen und könnte sein,